Du hast ja auch schon einige Produkte und Outfits selbst designt. Wie erlebst du das Thema Mode jetzt mit deiner Tochter, dann auch im Umgang mit Baby Annabelle oder mit Puppen generell? Ja, also Sophia ist so zweieinhalb, wie gesagt, und die ist schon jemand, der jetzt auch modisch den Ton angibt langsam. Also auch ihrem Papa die Kleider rauslegt und auch für die Baby Annabelle Sachen rauslegt. Also da bestimmt sie schon selbst, wer der Chef ist. Okay. Und klar, ich meine, ich kann es ihr nicht verübeln, weil sie kriegt es natürlich mit, wie ich mir die Sachen zurechtlege, was ich so anziehe. Und Mama liebt ja auch Kleider und so. Also sie übernimmt das schon. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht den eigenen Spiegel so vorgehalten bekommt. Ja, sehr schön. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir auch gleich die Kleider und die Kollektion der Preset vorstellen, die du zusammen mit unseren Designern hier entwickelt hast. Ach, da ist was schön. Genau, das ist ein Design. Die Stoffe und das Muster und so, das habe ich alles mit rausgesungen. Es beruht natürlich auf dem persönlichen Geschmack. Also es ist, ich finde es ziemlich süß, es ist pink, es ist ein bisschen sportlich gehalten. Was vorne drauf ist ein Klappsen-Gesicht. Vorne auf der Mütze oben sind die kleinen Öhrchen zu sehen. Und ich finde halt die Kombi rosa und grau unheimlich toll. Und ich finde, es ist gar nicht so extrem kutsig geworden, wie man das Gesicht für mich vielleicht vorgestellt hat. Es ist trotzdem noch irgendwie cool. Baby Annabelle trägt da drunter eine kleine Leggings. Und auch auf dem Spuhn sind kleine Katzenpfötchen zu sehen. Ja, und ich finde es wahnsinnig schön, dass ich hätte mein Kind auch so angezogen.